Herzlich Willkommen zu einem weiteren Match, zu einem weiteren Qualifikationsmatch Österreich gegen Schweden auswärts. Man hat die Mannschaft wieder ein bisschen umgebaut gegen die Iren, das hat mir nicht so ganz gefallen. Ein Versuch, wenn wir hier noch starten noch. Aber das war es dann auch schon. Ihr seht hier, Schaub wird auflaufen, Grilic statt Holzhauser, Gregoritsch statt Schul, Spendlhofer statt den Gesperrten, Dragovic. Und ansonsten bleibt alles bemerken. So. So. Gegen Irland hat man noch gerade gewonnen, aber Schweden ist ein anderes Kaliber. So. 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 Vielen Dank. Yes. Burgstahler aufgespielt. Auf. Ja, das war es Leimer. Schaut danach aus. 1 zu 0. So, schaut er schnell. Still. Das war's Leimer. Uh, schön. Bleiben wir die zweite. Bleiben wir die zweite. Bleiben wir die zweite. Oh, Fehler von aller Bar. Nein, zur Zeit. Okay. 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 So, Lukas, zeig was du kannst. Ohoho, hol eine Hilfe raus. Alter, was? Ich werde gefault und der geringen Freistoß. Ohoho, hol eine Hilfe raus. Ohoho, hol eine Hilfe raus. Ups. Anatovic werden wir vielleicht schonen. Wenn wir schon so einen guten Spielstand haben, wenn man Cans spielen lassen. Ohoho, hinter sie ist fast noch gefährlich. Ohoho, das war nichts. Ohoho, schön. Ich glaube, du möchtest einmal Startspielen hinter siehe. Ohoho. Jawohl, Schaub. Ja, sein Onkel hat gesagt, wenn da Lukas zur WM fährt, dann stiftet er seine Plüsch-Boots. Wollte zu wohltätigen Zwecken. Da haben sie hinter sehr. Habe ich noch einen Wechsel frei? Ja. Dann testen wir einen Kirsch-Boomer. Oh. 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 Oh, da liegt ein Schwede am Bogen. Und zwar also 4. Oh, da liegt ein Schwede. Oh, das ist das Ränken-Noodle-Titz. Alter, was ist denn da jetzt? Missverständnis. Mann, komm ane, ane! auch eine knudelt 3 zu 5 4 1 2 2 3 4 4 5 ... Ja, ich bin jetzt hier. oh man hinter sehr so viele tore gefallen acht an der zahl 3 zu 5 geht es hier aus schweden gegen österreich er hat den großen anteil daran leimann mit zwei toren insgesamt da sind wir sogar beide hier der gegenstoß hier schön gemacht buchstaller schaub auch einen großen anteil den er gehabt hat mit zwei toren ja die zwei nudeltore hat man auch gesehen ich bin erfange macht das gut bis dann ciao und papa